Yo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Minecraft Let's Play. Ja, wie schon versprochen, ähm, habe ich ja jetzt vor, heute zwei Folgen zu machen und das kommt jetzt auch. Und, oh, was ist denn hier? Ach, das ist nur von meinem Thumbnail, wo ich gemacht habe. Ich habe ja ein Thumbnail-Video-Thumbnail gemacht, habe da bestimmt gesehen. Ich möchte jetzt nicht so mit, äh, Screenshots machen. Wenn ihr wisst, was ich meine mit Screenshots, so Einzelscreenshots dann bearbeiten und immer. Ich meine, das ist so ein, so ein, meine Tastatur klemmt schon wieder. Ja, also so ein Thumbnail als Einzelbild kann man ja auch, ich meine, das sieht auch schön aus, man kann auch viel YouTuber. Also ein Thumbnail, wo nur immer ein Bild drin ist als Display. Ich meine, das Video muss cool sein, ne, das Thumbnail. Ich meine, das Video muss was Gutes sein. Das Thumbnail kann auch, äh, das ist ein Pimmelbild oder irgendwas sein. Das ist mir egal. Meine Tastatur geht irgendwie nicht mehr. Okay, ich muss für die nächste Folge eine neue Tastatur hier mehr installieren. Schade, um diese teure Tastatur. Hat 100 Euro gekostet. Ja. Gut, heute wollte ich unseren Anbau hier machen. Wir fangen hier an mit einem Häuschen. Oh, ne, komm, wir machen einfach einmal so hier. Ich meine, hier oben sind wir ja geschützt. Ah, ne, falsch, das war jetzt falsch. So, wollten wir machen. Ja. So, und jetzt haben wir auch kein Holz mehr, ist ja wieder typisch. Typisch ich. Ja, typisch ich, Leute. Ja. Wir haben gerade 120 FPS. Gut. So. Jetzt kommen noch bestimmt Monster. Deswegen müssen wir schnell fertig sein. So. So. Schnell. Wir müssen ja jetzt schnell abbauen hier, Leute. Weil sonst kann es passieren, dass man stirbt. Und das wäre nicht so schön. Wie gleich in den ersten paar Folgen von einem Minecraft-Display ist es wirklich nicht so schön. Und das Minecraft-Display mache ich auch jetzt nicht am Stück. Es sind jetzt am Anfang ein paar Folgen von Minecraft. Dann kommt wieder Hardcore. Danach kommt Call of Duty. Danach kommt wieder Minecraft-Let's Play. Danach kommt dann sehr wahrscheinlich Minecraft-Skyblock. Nach dem Minecraft-Let's Play. Also vorerst möchte ich mal 20 Folgen hier aufnehmen. Ja, und ich muss auch leider in 27p wieder aufnehmen, weil 1080p, da hatte ich Arbeit, bis ich das hochgeladen hatte. Weil das hat so lange gedauert. Das hatte eine anderthalbe Stunde, was zwei Stunden länger gedauert, wie ein normales Minecraft-Let's Play. Das heißt, 27p kommen jetzt am Anfang auch nur 10 Minuten folgen. Aber ich meine, 10 Minuten reicht. Das ist voll lange, Leute. Das ist voll lange 10 Minuten. Also, für mich sind 10 Minuten lang. So, ich würde auch gleich mal hier sagen, wir machen auch mal hier so gleich ein riesengroßes Häuschen hier oben hin. Also, die Größe hier reicht nun mal schon. Jetzt können wir die Wand schon reinziehen. Hier möchte ich gerne so eine Glaswand reintun. So. Und das mit den Blumen sieht einfach so geil aus. Äh, übrigens hier... Wie? Nein. Seed. Hier ist der Seed. Könnt ihr euch jetzt abschreiben. Pausiert einfach das Video. Und ja, viel Spaß in der Welt. Von mir. So, jetzt haben wir wieder kein Holz. Wo sind eigentlich die Monster? Es scheinen... Anscheinend kommen keine. Ah, oder doch. Na, guck mal da. Wen haben wir denn da? Ein kleiner Zombie. Der mit der Axt aufs Maul kriegt. So. Klipp und klar gesagt. Ja. Gut. So. Jetzt... Na, müssen wir noch etwas... Meine Tastatur geht gleich gar nicht mehr, Leute. Ich glaube, ich muss gleich einen kurzen Cut machen. Eine neue Tastatur hier anschließen. Das ist wirklich scheiße mit der Leertaste. Okay. Ähm. Gut. Ich melde mich gleich zurück. Ich schalte gerade das Mikrofon aus, weil meine Tastatur jetzt gar nicht mehr geht. Nur noch die... Die W-Tasten gehen auch nicht mehr. Okay. Anscheinend ist die kaputt. Die ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Bis gleich. Ich schalte kurz das Mikrofon aus. Ähm. Okay, also, ich muss jetzt kurz die Tastatur auswechseln. Sorry, deswegen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Okay. So, hier bin ich wieder zurück, ähm, jetzt, jetzt habe ich das nicht hochgeklappt, so, jetzt, oh Gott, jetzt, äh, mit meiner, ähm, zwischendrin-Tastatur, aber die ist irgendwie voll gemütlich, das ist so eine, so eine, äh, Mac, iMac-Tastatur ist das, so eine kleine von Apple ist das eine, aber die ist voll gemütlich irgendwie, mit der kann ich gut spielen, die behalte ich, die behalte ich, Leute, die ist auch sehr empfindlich an den Tasten, aber das mag ich ja, ist fast schon wie Touchpad, so ähnlich, oh, das ist voll geil, die ist auch noch in schwarz, ja, I like it, gut, ähm, Hier machen wir jetzt eine Tür rein, so, what, es gibt mir jetzt Fichtenholztüren, ja, die sieht cool aus, das ist eine Verliestür, das ist ein Verarschenspiel, okay, anscheinend möchte das Spiel uns verarschen, wie wir sehen können, und, ja, so, Hi, jetzt kommt hier keiner mehr rein, aha, hier kommt eh keiner rein, einmal 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, nein, 5, wenn schon richtig, Leute, wenn schon richtig, oder ne, wir machen es jetzt einfach so, geht auch, hier kommen dann später noch Glas rein, das dauert auch noch ein bisschen, wir müssen erstmal den Sand da unten fahren, Und uns ein Dings bauen, einen Ofen, und das machen wir aus Holz, aber jetzt bauen wir uns erstmal ein Bett Hui, wir haben jetzt ein Bett Und das setzen wir einfach hier hin, und Gehen mit der Axt pennen Und, jo, wir schreiben einfach nur Penne, und die Tastatur ist auch voll leise, die hört man nicht in der Aufnahme Geil Die mag ich, die Tastatur Gut Jetzt gehen wir schnell noch hier unsere Mine buddeln Ich meine, das heißt, wir gehen doch keine Mine buddeln, wir haben noch gar keine Werkzeuge Gut Und diese Tastatur, die ich mir gekauft Ach, die Die Maus, die ich mir gekauft habe Von Rappot, die finde ich auch irgendwie voll geil Kostet 20 Euro, aber Voll in Ordnung An die Tastatur muss man sich etwas gewöhnen, weil die ist sehr klein, aber Die Finger gewöhnen sich um, die werden jetzt verkribbelt, und die gewöhnen sich schon um Was mache ich hier eigentlich, warum gehe ich immer aus dem Haus raus? So, jetzt erinnert mich das irgendwie voll an ARK, mit so einer Tür hier ARK kommt auch noch irgendwann Macht euch schon mal darauf gefasst Auf ARK-Serveise Und das ist keine Nachmache von anderen YouTubern Das spielen viele YouTuber Gut, ich würde sagen, dann Bauen wir gleich hier eine Mine unter unserem Haus Und später bauen wir es zum Keller aus Ja, hat sich auch gut gereimt jetzt Wir bauen eine Mine unter dem Haus Und bauen es später zum Keller aus Das ist wirklich sehr gut Und es ist auch gut, dass ich jetzt Was Steine sammeln Und die Folge ist auch gleich wieder rum Ja, wir haben jetzt zwei Minuten verplembert Wegen der scheiß Tastatur Die wird jetzt sofort in die Tonne gekloppt Oder ich gucke, was man dran machen kann Aber wenn man nichts dran machen kann Weil ich kenne mich ja gut mit der Tastatur aus Dann benutze ich die wieder Aber ich finde die Kleine hier so gut Von Apple Keine Schleichwerbung an dieser Stelle Auch wieder angemerkt Gut Wir gehen jetzt noch schnell einmal hoch Machen hier zu, dass hier nichts reinkommt Hier auch So, wir merken uns Hier ist unsere Mine Und ja Bauen wir uns schnell in den Ofen Den setzen wir am besten hier gleich neben das Bett Das war gleich im Winter hier warme Füße haben Also Füße nicht in warmen Kopf Dann geht wenigstens mehr rein Und ja Gut, in der nächsten Folge gehen wir auch was zu essen suchen Hier läuft ja genug rum Hier läuft ja auch Schwein rum und so weiter Und ja, an dieser Stelle würde ich dann mal wieder sagen Ich verabschiede mich von Folge 2 Von Staffel 2 Ja Und bedanke mich natürlich für das herzliche Zuschauen Und würde mich natürlich auch freuen Wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet Und ja Ich würde sagen Ich bin jetzt raus Und ihr haut fleißig rein Und ja Bis zum nächsten Video Ciao Euer SachiLP